Murcha ist der Name einer Atemübung. Murcha gehört zu den Ashtamahakumbhakas, zu den acht großen Weisen, die Luft anzuhalten, oder anders ausgedrückt, zu den acht fortgeschrittenen Pranayamas, die Svatmarama in der Hatha-Yoga Pradibhika beschreibt. Was heißt Murcha? Murcha als Sanskrit-Wort heißt zum einen Trance, heißt Ekstase, es heißt auch bewusstlos werden. Letztlich auf dem spirituellen Weg spielen andere Bewusstseinsebenen, geänderte Bewusstseinsebenen, eine gewisse Rolle. Es ist zwar nicht unbedingt nötig, um Atmanjana zu erreichen, dass du höhere Bewusstseinsebenen erreichst, gerade im Jnana-Yoga geht das durch den Weg der Erkenntnis, aber gerade im Hatha-Yoga, Kundalini-Yoga, Raja-Yoga geht es darum, mittels spezieller Techniken andere Bewusstseinsebenen zu erreichen. Wenn du andere Bewusstseinsebenen erreichst, dann kommst du raus aus der Identifikation mit Körper, Psyche, mit Gedanken, Emotionen, Persönlichkeit und so weiter. Und wie kommst du dort raus? Es gibt verschiedene Techniken. Im Raja-Yoga macht man das durch intensive Meditation, aber Patanjali beschreibt auch gerade im dritten Kapitel des Yoga Sutra noch weitere Techniken. Hatha-Yoga macht man das durch Asanas, Pranayama, Mudras, Bandhas und auch wieder spezielle Meditationstechniken. Zu den Pranayamas gehört Murcha. Murcha will einem helfen, das Alltagsbewusstsein zu verlieren, dafür Ekstase zu erfahren. Wie geht jetzt Murcha? Gut, das würde jetzt hier zu weit führen. Im Wesentlichen heißt Murcha eine Verlängerung der Ausatmung. Man macht die Ausatmung so langsam, bis der Bewusstseinszustand sich ändert. Wie das genau geht, das kann man jetzt nicht in einem Video erklären. Es gibt zwar sanfte Variationen von Murcha und die findest du auch auf unseren Yoga-Vidya-Seiten. Da gibt es einfache Videos dazu. Und es rentiert sich, die auch zu üben. Dort hilft diese einfachen Variationen, die helfen den Geist ruhiger zu machen, helfen auch etwas zu beruhigen, helfen auch Zugang zu finden zum Herzen. Die findest du aber auf unseren Internetseiten. Schau nach unter www.yoga-vidya.de. Gib dort ein Murcha und so bekommst du einige Übungsanleitungen. Hier nochmal Murcha heißt Verzückung, heißt Trance, heißt Ekstase, heißt auch Bewusstlosigkeit.